überlebende zum 13 davon es kommt ja wir haben ehemals beides gut einen tag wie viel kommen da 27 30 40 49 so ihr seid wieder an du bist aus sonst machst du sowieso ja ich weiß ich entscheide mich gerade öfters um aber es ist der knapp anruf tja leute ihr müsst jetzt mal was ist schön ich werde die garantierten nirgendwo anders hin checken ist ihnen zu kalt sein könnte weil sie auch wichtig Zufriedenheit ist kein Problem. Aber ich muss sagen, die Lage ist... Nun ja. Nicht so... Ne, das können wir uns gerade nicht leisten. Stimmt, das geht auch nicht. Zufriedenheit, ja, das nehme ich. Neue Gesetz in der Stadt. So, Essen ist hergestellt, dann tschüss. Zeit zu resten, Leute. Das funktioniert für heute. Ich zerstöre ich zwar ein bisschen Rohstoff aber es ist nicht so schlimm. So, die nächste Technologie ist das Stahlwerk. So, die Stelle kostet 5 Stahl, damit komme ich klar. Ach Gott, zwei Hals. Leck mich. Dann gibt es definitiv noch ein neues Sanitätshaus. Holz. Und mehr Holz. Und mehr Holz. Sehr schön. Wohl ist es dann nochmal minus 20, dann könnt ihr alle da sammeln. Ist gut, ist gut, 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 gut. So. Prioritäten und so. Vier neue Wohnungen. Gesundheit. Und eine neue Krankenstation. Hier mal Arbeiter übrig. Hier gibt es mal Vollgas. Ich wünschte mal, könnt ihr das standardmäßig überall einfach anmachen. Nur egal, wie unzufrieden die sind. Wir brauchen Zeug. Ihr könnt mal auch für rund auf 2. und du machst tschüss. Und dann bitte. Ja, ausschalten sein. Sehr schön. Ist nochmal eine Verschnaufpause, bevor es wieder eklig wird. Aber dann haben wir auch mehr Tech und dann geht das. Was? Da könnte es Stahl gehen. Ja. Kein Zeug und so. Du musst halt Prioritäten setzen. Spiele. ... Spiele. ... Was ist das? Ich mag diese Fähigkeit. Jetzt absolut nicht machbar, das anzusetzen. Da würden wir nämlich alle verhungern. Ah, jetzt kommt das Holz hier rein. Sehr gut, den Mauerbohrer, den brauchen wir Ewigkeiten erstmal nicht. Heizung, den wir. Sonst kann ich nur sagen, Stoffe, Stahlwerk. Zwei Plätze. Ein Platz. Ah, zwei Plätze, sehr gut. Doch, drei. Sehr gut. Da werde ich wahrscheinlich hier zwei davon hinbauen und da eins. Das ist besser. Kann ich hier auch gleich noch das Holz absorbieren. Das allererstes ein Stahlwerk. Das allererstes ein Stahlwerk. Ich kann die Zeit langsam weiterlaufen. Das Gerätcentere, das ist besser. Das ist besser. Das Gerätcentere, der hat einen Stahlwerk. Bei euch ist es erträglich. Ja, jetzt beschwert euch nicht. Definitiv lange Schichten. Das werde ich hier so bauen. Das. Das. so nur mein erster Bug, ich brauch das gar nicht alles glaube ich ich hätte auch ein bisschen Straße dran, das ist ja wir machen das mal so wie es früher Stahltürmer sind erschöpft dann kommen die hier dran Tja, Fakt ist, wir müssen auf alle Fälle die Kohleversorgung verpassen bevor das hier aufgebraucht ist bedeutet am besten ich bin ja zwei Dampfkerne hier jetzt kommen Das ist jetzt eine schwierige Entscheidung. Dann nehme ich erst mal mehr Speer. Ich habe übrigens sehr viele gesehen, die sich nicht trauen, bei so milden Temperaturen den Generator auszulassen. Klar, man hat Kranke, ja, aber man schafft es sonst einfach nicht am Anfang. Ohne extreme Mühen. Ähm, den Generator die ganze Zeit am Laufen zu halten, da muss man ziemlich viel darauf fokussieren, wie man ja gut auf Technologie aufbringt. Und wir laufen hier so langsam ans Limit. Die brauchen wir sowieso. Und da laufen wir schon ans Maximum. Ganz cooles. Ich weiß, Heizung ist ausgefallen, aber so long das nicht. Ja, so wenig kalt, so warm ist. Klar, man ging es 20 Grad, passiert hier gar nichts. Wir haben keine übrig. Tschüss. Mehr Kinder rein. Hier. Hier. Hier ist jetzt schon. Ich denke, Zweck können wir uns jetzt leisten. Um 2 Uhr frühs wird das bestimmt jeder mitkriegen. Nachruf. Hier geht's um 2 Uhr. Das Rische ist offenbar. Nachruf gut. Hier ist vieles ambassend. Nachruf gut, wenn es um 4 Uhr geht. Hier geht's um 5 Stunden. Monat. Dann hat er auch ein paar Übersetreben. Der Streben geht's damit um 2 Uhr ab. Nachruf zu verbrechen. äh 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 kalt, ne? Dicht Anu, wie sieht's bei euch aus? Mich ist auch kalt. Fiegt noch ein Fitzelchenstück Straße. Das sollte funktionieren. Später gleich mal vorbereiten. Bis zum nächsten Mal.